Mein Name ist Stefan Lederach, ich bin Leiter Systeme bei der Firma Stempfli Kommunikation. Für mich persönlich ist es der erste Print Day, die Firma Stempfli Kommunikation ist aber seit Jahren mit dabei und das Besondere ist natürlich, dass es eigentlich eine Veranstaltung des Marktführers für diese Publishing-Systeme ist und dementsprechend tun sich natürlich ganz viele interessante Leute auch. Es gibt interessante Gespräche, die wirklich dann einem auch wirklich weiterbringen. Diese Partnerschaft ist für uns strategisch sehr relevant. Wir sind von der Historie her ein Druckhaus und haben dementsprechend auch einiges Know-How in diesem Gebiet im Publishing-Bereich. Die Partnerschaft existiert seit 2005 zwischen Stempfli Kommunikation und Werk 2 und es ist eine wirklich echte Partnerschaft. Das macht es auch eigentlich wirklich so interessant und spannend für uns beide, denke ich. Es ist nicht eine Beziehung Hersteller und Integrator, sondern wirklich eine echte Partnerschaft, wo man auch gegenseitig einander hilft und da ist.